Hallo ihr Lieben, mein Name ist Delina Scheller. Herzlich Willkommen im Filmteampark. Ich bin die Projektstarterin für das Crowdfunding auf Zelle-Crowd.de. Das Projekt soll den Bau einer neuen Voliere für unsere Steppenadler ermöglichen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Die alte Voliere wurde 2004 in Holzbauweise errichtet und durch die starken Orkane im Februar diesen Jahres zu großen Teilen zerstört. Für unsere neue Adler-Voliere benötigen wir zwei hochwertige Volierennetze sowie eine witterungsfeste Wand aus Naturholz und eine Inneneinrichtung wie zum Beispiel Sittstangen und Pflanzen. Wir haben bereits Angebote vorliegen und das Crowdfunding würde uns den kompletten Fertigbau der Voliere ermöglichen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und hoffen auf eure Unterstützung. Alleine schaffen wir es nicht. Nur mit eurer Hilfe können wir es schaffen am Ende der Laufzeit die Zielsumme zu erreichen. Schaffen wir es nicht, gibt es kein Geld und die Voliere kann nicht fertiggestellt werden. Also bitte mobilisiert alle eure Kontakte. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und jede noch so kleine Spende.